Genie, ich wünsche mir, dass ich mit der Chaya-Prinzessin zusammen bin. Tut mir leid, das ist unmöglich, Meister. Ach, richtig. Du kannst keine Wünsche erfüllen, die Liebe erzwingen, stimmt's? Ähm, doch, das geht sogar ziemlich einfach. Ach ja? Naja, wie drücke ich das nett aus. Ihr seid einfach scheiße hässlich, innen wie außen und dumm wie Brot. Das übersteigt einfach die kosmischen, unendlichen Fähigkeiten eines Genies. Hey, erstens keine Fremdwörter, habe ich gesagt. Und B, bei der schönen Untersbiest hat das auch funktioniert. Meister, wir reden hier über ein brutales, herzloses, stinkendes, hässliches Ochsenhundemonster. Genau. Dagegen habt ihr keine Chance. Na schön, ich wünsche mir, dass die Prinzessin einen Kutschenunfall hat, fast alle ihre Sinne verliert und ich der einzige Mensch auf der ganzen Welt bin, der ihr helfen kann. Oh Gott, Meister. Das könnte funktionieren. Ah, ich hatte einen schlimmen Kutschenunfall, habe fast alle meine Sinne verloren und niemand auf der Welt hat meine Blutgruppe. Doch, ich. Äh, ich habe einen Freund.